. Ja, was der Hälfte fällt. Hochbeschädigkeitssage ist unglaublich, ne? Vor allen Dingen da drin quietscht nichts. Das fährt einfach, habe ich eben schon gesagt, wie auf Plettverschluss durch die Kurve durch. Das ist der absolute Hammer. Der absolute Hammer. Sowas darf man auch nicht verkaufen. Selbst wenn der A400 kommt. So, er wollte doch einfach dem Dumpel verkaufen. Also er hat zumindest mal irgendwo gestrumpen in dem A400 Beitrag, dass das was für ihn wäre. So nach dem Motto, so ein kurzes Ralf-weißiges Oh, sieht interessant aus. Du hörst ja hier, du hörst das quietschen. Das ist unglaublich. Das macht Meiler noch deutlich mehr. Du kannst ja, wenn du willst eine Runde mit meinem fahren, dann hast du dann nochmal den Vergleich. Das wäre cool. Das wäre cool, das müssen wir gleich machen. Ja. Das ist nicht zügig unterwegs. Oh, und hier das Heck kommt so ein bisschen. Das ist schon ungewöhnlich. Okay, der Ralf hat den anderen Aldex-Controller drin. Das macht ja auch noch ein bisschen was anderes, weil das Auto fährt einfach völlig neutral durch die Kuh. Ja, genau. Der Untersteuerlich, der Übersteuerlich, der fährt genau das Auto parallel zur Ideallinie da durch. Und einer schleift auf der Vorderachse. Auf der Beifahrerseite. Hm. Da ist so ein Knubbel an der Retros-Schale. Genau der schleift. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Solche Leute sind gefährlich. Ja, auf der Bremse komplett und durch die Senke durch. Ja, das geht überhaupt nicht. Boah. Willst du den Maschinen helfen? Vor allem kriegt das Ding vom Ralf total geil. Ja. Dieses blecherne DSG-Knall. Wie bei so einem Rally-Auto. Ja. Ich hab's ESP vergessen, ums zu schalten. Ja, das lass ich bei meiner bescheidenen Fahrerfahrung hier mal lieber an. Ich schalte das auch nicht ganz auf. Ich schalte das nur auf Sport. Du hast ja schon gut. Und Helm in dem Motor und Käfig. Aspekt. Scheiße, scheiße, scheiße. Und das? War reif. So, als nächstes den Cross-Golf her. Wo ist eigentlich dein Partner, wie soll es sein. Du bist doch gleich mal los. Und das ist ja noch nicht in Geräusch, Bis zum nächsten Mal. Was ist das oder nicht? Du bist zum nächsten Mal. Du bist doch nicht. Du bist ganz近. Dann, dann. Dann, ich bin jetzt mal zum nächsten Mal. Dann. Du bist so zwei. 2.16 hat es den gerade. Ja, guck mal, das ist genial, in einem durch, ich bin allerdings unter dem Bergwerk nicht so gut rausgekommen. Zu schnell, zu schnell, zu schnell, zu schnell. Hier im Karussell sind bei mir ganz furchterliche Geräusche im Rathaus vorne, aber es ist ja nur Reifen auf Plastik, dann mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. Dieser Knubbel im Rathaus, ja, der ist... Ja, den werde ich morgen mal mit einem Heißluftfilm bearbeiten, ob ich ihn reingedrückten kriege, und wenn nicht, dann wird er von der Fräse angesetzt und die Stelle daraus geflext. Die dürfte ja normalerweise überhaupt nicht anfangen zu schweetschen oder zu spieren bei den Geschwindigkeiten. Aber der H-Kart fährt mittlerweile ja auch 4 Grad Sturze oder so, 3,5. Ja, genau. Deswegen sag ich ja auch, den kannst du alles draufstellen an den Rad, an den Reifen. Ich bin schon zuletzt mit einem Arbeitskollegen, der beim letzten Mal, als hier am Treffen war, mit dabei war, der später nachgekommen war, mit dem Honda Integra gefahren. Der hatte diesen Federal, aber nicht den RSR, sondern den normalen. RS Schießmichtod, wie der dann heißt. Ja, 595 oder so heißt der. Und der Integra hat jetzt nicht so wirklich viel, aber auch nicht wenig, da ist es irgendwie 180 PS. Und im Gegensatz zu dem Golf, klar, das Auto ist 10 Jahre älter, aber fand ich das einfach echt schatternd, wie scheiße dieses Auto auffahren ist. Die Reifen wurden auf dem Auto nicht warm. Wir sind eine halbe Stunde bei uns durch die Teller gekrachelt, aber mit brauner Unterhose danach. Und die Reifen waren, als wir bei mir wieder angekommen sind, vorne ja warm und hinten so wow warm. Und das Auto an sich auch verfallen, total Mist. Hier komme ich sonst normalerweise schon aus der Kurve mit über 170 aus.